Eine Patientin für natürliche Stirn-Design, die Freundin hier, war ebenfalls vor ungefähr sechs Wochen bei uns. Da hat sie bereits gesehen, wie frisch sie aussieht, wie natürlich sie aussieht und ist dann damals als Begleitung jetzt als Patientin bei uns und möchte genau das gleiche Ergebnis auch haben und in dieser Art und Weise wird es auch bei uns durchgeführt, dass sie dann am Ende auch ein sehr schönes und natürliches Ergebnis hat, ohne die Mimik zu verlieren, ohne die Natürlichkeit hier zu verlieren. Das wäre eine nicht richtige Therapie, sondern hier in dieser Art und Weise, denke ich, wird sie zufrieden sein.